Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute eine schöne, süße Kiste mit Produkten hier, die entweder neu sind oder weder ich, vielleicht auch, also ein paar, kennt ihr, äh? Es sind Produkte, die ich noch nie benutzt habe, Freunde. Und es wundert mich. Einige sind natürlich neu, manche sind nicht neu, sind an mir vorbeigezogen. Ich habe sie bestellt, sie sind in die Schublade gewandert und ich habe sie nie benutzt. Und das möchte ich heute mit euch ändern. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, ihr hattet alle eine erfolgreiche und gesunde und glückliche Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass euer Wochenende ein bisschen besser wird. Ich bin da. Ich habe gerade schon Reel gedreht, also falls ihr irgendwo Lash Glue oder roten Glitzer seht, schaut bei Instagram vorbei, dann wisst ihr, was da los ist. Ich bin gerade hier richtig gut am Reels drehen und ihr liebt das. Und da freue ich mich natürlich drüber. Ich habe noch nichts im Gesicht und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Ich habe wirklich spannende Produkte hier. Manche habe ich schon mal benutzt, aber euch noch nicht gezeigt. Und ich glaube, dass die ein oder anderen Produkte vielleicht für viele von euch interessant sein könnten. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Auch wenn ihr öfter hierher kommt, Freunde, ich weiß, dass ihr öfter hierher kommt. Deswegen, ich weiß, es ist total nervig, aber ihr helft mir damit sehr. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das erste Produkt, was ich gerne benutzen möchte, ist das hier. Der NYX Bear With Me Hydrating Jelly Primer. Der ist für ein Video, was ihr nächste, übernächste Woche sehen werdet. Das ist wirklich wie so ein Wackelpudding. Es gibt einige Texturen, die ich nicht anfassen kann vom Gefühl her. Da kriege ich so richtig Gänsehaut. Eins ist Fleece und das andere ist alles, was glibberig ist. Und das ist extrem glibberig, fühlt sich aber ultra schön auf der Haut an. Also, das ist jetzt First Impression. Zieht nicht so schnell ein, aber die Haut fühlt sich sehr gut in Feuchtigkeit versorgt und wird so ein bisschen klebrig. Ähnlich wie so dieser Milk Hydro Grip Primer. Gefällt mir, abgesehen von dieser Textur, ganz gut. Ist halt wie so ein Film Wasser auf der Haut, ne? Ja, okay. Falls ihr die Produkte schon kennt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und mir eure kleine Review dazu absetzen. Generell, falls ihr ein Produkt habt, wo ihr der Meinung seid, dass ich das noch nicht kenne, könnt ihr mir das auch unbedingt bei Instagram schicken. Dann kann ich das vielleicht mal testen oder so. Das fühlt sich jetzt aber soweit ganz gut an. Ich fand es ein bisschen teuer für das, was es ist. Also, das ist ja eigentlich nur Wasser, denke ich mal, ne? Aber fühlt sich okay an. Also, das muss ich jetzt mal weiter testen. Ich werde es bis zum Video, vielleicht seht ihr das nächste Woche sogar schon, auf jeden Fall weiter benutzen. Ich habe es jetzt da. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Mal schauen, wie es unter dem Make-up aussieht. Wir machen auch weiter mit einer Foundation. Und ich glaube, sie ist ein bisschen dunkel. Das ist die Elf High... Wer ist sie? Elf Foundation? Ich glaube, die haben nur die. Oil-Free mit 15 Lichtschutzfaktor. Ich habe sie geswatcht. Ich habe sie in der Farbe Buff. Und es könnte ein bisschen knapp sein. Wollen wir es mal ausprobieren? Also, ich trage mir jetzt nur mal eine ganz dünne Schicht davon auf. Vielleicht funktioniert es ja doch. Ich bin ja im Moment eh so ein bisschen auf dünnere Foundation-Schichten. Weil meine Haut... Oh, 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 okay. Wait a second, wait a second. Hold on. Schaut mal. Es ist jetzt vielleicht doch ein Color Match. Und das ist der Punkt, Freunde. Swatcht niemals eure Foundation an der Hand. Weil seht ihr hier diesen dunklen Fleck? Natürlich ist mein Arm heller als mein Gesicht. Okay, ich mache mal die halbe Seite. Ich kenne die Foundation tatsächlich noch nicht. Die wurde mir empfohlen. Auch in dem Video, was ich euch neulich... Was ich euch demnächst zeigen werde. Sie riecht ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Also, sie riecht ehrlich gesagt so wie die Wet n' Wild Foundation. So ein bisschen nach Lack und Wandfarbe. Heißt aber, da sind keine Duftstoffe drin, die zumindest irritierend sein könnten. Das Einzige, was mich irritiert, ist der Duft. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Also, mein Leben... Ihr feiert den Spruch total. Mein Leben besteht aus Duftstoffen. Farbe ist aber... Sieht sogar ein bisschen glowy aus, oder? Okay, ich bin ein Stückchen näher gekommen, dass ihr euch das Ganze mal angucken könnt. Also, die Farbe sieht wirklich perfekt aus. Wenn ich ne dünne Schicht auftrage und, ganz ehrlich, 80% der Menschen, die Make-up tragen, tragen nicht so viel Make-up wie ich. Also, wirklich cake, cake, cake. Ist das ne sehr, sehr schöne Farbe. Ich sollte die Foundations jetzt immer von der Intuition her ne Nuance dunkler tragen, oder? Ich liebe die Foundation jetzt schon, vom Finish her. Das sieht total frisch aus. Ich stelle euch mal ein Stückchen dunkler. Schaut mal. Jetzt seht ihr das. Also, so sieht das Ganze auch im Alltag aus. Ich habe extra Tageslicht eingestellt bei meinen Lampen. Von nahem sieht das Ganze wirklich bombastisch aus. Also, das ist nur ne hauchdünne Schicht. Und in Kombination mit dem Primer sieht das ultra wet aus. Ganz, ganz feucht. Okay, die muss ich definitiv weiter testen. Also, First Impression ist fantastisch. Auch die Farbe. Sie sieht so ein bisschen kühler aus. Also, Buff scheint eher so ein bisschen neutraler zu sein. I love it. Ich habe neulich, was heißt neulich? Das war Ende Dezember bei Beauty Bay bestellt, weil ich einfach mal für ein Video neue Concealer austesten wollte. Ich habe das Video nie gemacht irgendwie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kommt es auch noch. Ich habe, glaube ich, zehn verschiedene Concealer gekauft. Und ich habe auch ein paar schon benutzt. Unter anderem den Dose of Colors Meet Your Hue Concealer. Und von Kimchi Chic. Das ist ne Drag Queen aus Amerika. Die hat bei RuPaul's Drag Race gemacht. Das ist wie Germany's Next Topmodel, nur mit Drag Queens. Iconic. Und sie hat Concealer rausgebracht. Viele, viele Farben. Ich habe zwei verschiedene gekauft. Der ist ein bisschen heller. Also, ihr seht, der hat so ein Pinselchenfüßchen. Das mag ich persönlich nicht. Ich gebe mir den jetzt aber hier so ein bisschen als Highlights hin, weil der ist jetzt ein bisschen zu hell im Vergleich zu der Foundation. Sehr, sehr schön. Aber also der Concealer, ich trage den aktuell ausschließlich im Alltag. Ich habe ja sonst immer den von L'Oreal getragen. Der hat ja mein Tarte Shape Tap abgelöst. Den mag ich auch sehr gerne. Also, davon braucht man echt nicht viel. Der ist extrem deckend. Und ihr seht, ja, ich benutze wirklich nur so ganz dünne Schichten und drücke kaum Produkt raus. Und dadurch kriege ich halt so einen schönen Highlighting-Effekt. Den kann ich jetzt schon mal hier so ein bisschen ausblenden. Und ihr seht, das gibt so ein bisschen Licht an die Stellen, die so ein bisschen dunkler sind. Also die Nase beispielsweise oder hier der Außenwinkel. Ich finde, das liftet das ganze Gesicht nochmal so ein bisschen schön. Beim Rest unter den Augen benutze ich den im Dose of Colors Concealer. Der hat ein fantastisches Füßchen. Ich liebe diese großen Füßchen. Und auch der hat eine gute Deckkraft. Er ist so ein bisschen Feuchtigkeitsspender. Das Problem, was ich mit dem Concealer habe, ist, dass er, also er sieht ungesettet wunderschön aus. Ich zeige es euch gleich. Sobald man ihn aber settet und zu viel settet, wird er so nach zwei, drei Stunden so ein bisschen trocken unter den Augen. Und das mag ich persönlich gar nicht. Deswegen setten wir ihn heute nur ganz, 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 ganz leicht. Er hat aber auch eine schöne Deckkraft. Also ihr seht sofort, es ist super schön aufgehellt unter den Augen. Die Kombination von den beiden Concealern ist auch wirklich schön. Also es hat super aufgehellt. Wir können jetzt gerne auch nochmal mit dem so ein bisschen runtergehen. Hier an der Trainerinne. Und ihr habt ein sehr, sehr helles Under-Eye. Und das sieht super schön gepflegt aus. Wir setten das Ganze mit dem passenden Puder. Auch von Kimchi Schick. Das ist ein Reispuder. Also da ist Reis wie gemahlener Reis mit drin. Und das ist extrem fein gemahlen. Also das ist von der Textur her so ein bisschen wie das von Jeffree Star, was ich ja nicht mehr benutze hier. Ich habe es jetzt auch fast leer. Also irgendwann ist das Thema auch durch. Und das hat so eine leichte Färbung. Und damit gehe ich ganz leicht runter. Und ihr seht sofort, das mattiert. Ganz, ganz schön. Ohne, dass es fleckig ist. Also man braucht wirklich nur so eine hauchdünne Schicht von diesem Puder. Ich habe damit auch schon probiert zu baken. Das sieht dann immer so ein bisschen verrückt aus. Ich finde, das hat so ein bisschen Kickback, wenn man zu viel davon benutzt. Wenn man aber ganz leicht hier einfach nur unter den Augen lang geht und die Feuchtigkeit aus dem Concealer nimmt. Fantastisch. Also ein sehr, sehr schönes Puder. Und mit dem Rest, den ich an dieser Quaste habe, gehe ich einfach nochmal hier so ein bisschen rüber. Ich habe ein neues liebes Augenprodukt. Augenbrauenprodukt. Und das ist von Hanadi Beauty. Hanadi Beauty ist eine deutsche Influencerin. Und sie hat Augenbrauenstifte rausgebracht. Das ist der Brow Definer in der Farbe Nougat. Und der hat so eine schöne, präzise Spitze. Und damit kann man richtig schön die Augenbrauen nachmalen. Ich liebe den. Also der von Benefit beispielsweise. Ich finde, da sieht man dann immer, dass man ein Produkt drauf hat. Ich habe den jetzt hier aber auch bewusst in einer helleren Farbe genommen. Also falls ihr einen neuen Augenbrauenstift sucht, der jetzt nicht unbedingt 2 Euro kostet. Ich glaube, der kostet 14 oder so. Ist das sehr, sehr schön. Und die Farbe Nougat ist fantastisch. Auch hier gibt es viele, viele Farben. Aber die Augenbrauen, das geht halt ganz schnell, ne? Und der ist leicht. Der ist sehr, sehr schön. Ich liebe diese Farbe und das Design davon. Und hinten der Spoolie ist super hart. Das heißt, ihr könnt damit wirklich richtig gut verblenden und eure Augenbrauenhärchen nach oben bürsten. Ich konturiere einmal ganz kurz mit einem Pinsel hier von BH und der NYX Palette. Die kennt ihr schon. Ultra pigmentiert. Schon viel zu viel. Und dann machen wir weiter mit Neuheiten von BH. Also ich habe das Gefühl, BH knallt gerade raus. Das ist unglaublich. Die haben nämlich diese neue Travel Series rausgebracht. Unter anderem eine Highlighter Palette. Schaut euch bitte diese Farben an. Das ist schon mutig. Also ich wollte heute die Farbe Frostbite nehmen. Ich swatch euch aber mal ein paar von den bunten. So sehen die Farben einmal ohne Folie aus. Ich gehe einmal kurz ins Pink, ins Blau, ins Lila. Also das ist schon krass, ne? Das ist... Wow. Okay. Also ich verlinke die euch mal mit dem Code Maxim 10. Da könnt ihr dann noch so ein bisschen sparen. Ich glaube, dass man damit sehr, sehr schöne Highlights machen kann. Am Auge, auf dem Auge. Oder vielleicht so ein bisschen über einen Lippenstift oder so. Also das ist schon eine schöne Sache. Oder wenn man so ein bisschen artistischer sein möchte. Ich habe aber einen Look schon im Kopf, weswegen ich jetzt mal in die Farbe Frostbite reingehen möchte. Das ist so ein bisschen güldener. Schon krass. Aber es hat auch so einen leichten Blautouch drin, ne? Also wenn ihr sehr, sehr hell seid, könnte das eine Palette für euch sein. Ja. Schaut mal. Also so ein leichter Blautouch kommt mit durch. Finde ich ganz spannend. Aber davon braucht man echt nicht viel. Ich gehe nochmal mit dem hellsten hier so ein bisschen auf die Nase. Der ist natürlich extrem high. Ja. Also ist eine mutige Palette. Weiß ich jetzt nicht. Passt so ein bisschen zum Thema. Für den Alltag vielleicht eher weniger. Wir haben aber noch eine Lidschattenpalette. Das ist die passende dazu aus dieser Reihe. Das ist die Los Angeles Palette. Und hier sind sehr, sehr schöne, eher so ein bisschen pastellige Farben drin. Und ich habe einen Look. Ich möchte wieder so einen monochromen Look machen. Mein absoluter, absoluter, absoluter Lieblingslook. Und ich dachte eigentlich, dass der Highlighter auch so ein bisschen in dieses Orange geht. So sehen die Farben einmal aus. Wir haben sehr, sehr schöne pastellige Farben. Und ich fange als erstes mit einem flachen Pinsel an. Der ist aus dem Kiso Set. Und gehe in die Farbe The 405. Das ist so ein schönes Orange. Klopf ab und setze mir das direkt hier auf mein Lid. Kleiner Pro-Tip, den ich jetzt nicht mache. Einfach um zu schauen, wie die Farben auch so sind. Wenn ihr so pastellige Farben benutzt. Benutzt unbedingt eine weiße oder eine sehr, sehr helle Lidschatten-Base. Dann kommen die Farben einfach nochmal ganz anders aus, als wenn eure eigene Hautfarbe durchscheinen muss. Was ich gerade ganz spannend finde, in der Kamera sieht es nicht so leuchtend aus wie im Real Life. Also im Real Life ist das eher so ein bisschen wie Neon. Aber nicht so aufdringlich nähern. Also ganz spannend. Ich swatch euch selbstverständlich auch gleich nochmal ein paar spannendere Farben. Die Farbe hat ein bisschen Kickback in der Palette. Ich habe damit nicht so ein Problem. Aber schön. Toll. Ich nehme die Farbe WeHo. Das ist so ein helleres Pink. Und die blende ich oben mit rein, um diesen Monochrom-Look zu haben. Wenn ihr im Moment Zoom-Meetings habt oder so oder schnell irgendeine Konferenz, Online-Videokonferenz. Diese Monochrom-Looks-Freunde. Spart euch die Zeit am Morgen, um euch hier Cut-Crease links, rechts, irgendwas zu schminken. Zwei, drei Farben. Es reicht einfach, um frisch auszusehen. Dafür sind solche bunten Farben, finde ich immer ganz schön. Die kann man natürlich auch intensiv aufbauen. Man kann sie aber auch so ein bisschen alltags- und business-tauglicher machen. Schaut mal, wenn man jetzt irgendwie so einen schönen schwarzen Blazer drüber werfen würde oder so. Yes. Was mich irritiert, ist der Highlighter. Dieses Blau. Das gefällt mir nicht. Gehe nochmal mit meinem Finger in die Farbe Malibu. Das ist so ein richtig... Wow. Und das gebe ich mir einfach nur hier rüber. Komplett übers Lied. Sehr, sehr schön. Jetzt schöne Lashes oder ein Eyeliner. It's enough. Ich zeige euch nochmal die Farben Sunset Boulevard, Starstruck. Uh, The Hills sieht auch gut aus. Sehr bunt, ne? Also wer so auf bunte Lidschattenpaletten steht, da könnte das tatsächlich was sein. Ja, krass. Okay. Also es sind sehr, sehr spannende Farben drin. Auch Farben, die man sonst nicht so unbedingt hat. BH ist ja wirklich bekannt dafür, schöne, limitierte Farben zu haben, die es auch wirklich nur in dieser Palette gibt. Wie zum Beispiel diese Farbe hier. Also das ist so ein Duo-Chrome-Shift aus weiß und rosa und blau. Ähnlich wie so ein bisschen der Highlighter. Schaut mal, die Farbe nur oben auf den oberen Wimpern. Und ihr habt einen super alltagstauglichen Look. Yay. Es gibt aber noch andere Produkte und die sind auch neu. Und zwar hat Charlotte Tilbury diese Hyaluronic and Happy Kiss Lippenbalsams rausgebracht. Mit Farben. Ich habe alle Farben einmal hier. Also ihr seht, es gibt richtig, richtig viele. Und ich wollte heute mal die Farbe Happy Peach benutzen. Ich habe die noch gar nicht ausprobiert. Die sind gestern gekommen. Und so sieht das Schätzchen einmal aus. Und das kann man so... Hört ihr das? Macht ein Geräusch. Und dann schauen wir mal. Uh, sie hat wirklich Farbe. Wow. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte die so ein bisschen eingeordnet. So wie die von Fenty. Diese Lip Balm, Stunner, irgendwas. Das ist aber eher ein Liquid Lipstick mit Lipgloss. Also extreme Farbabgabe. Extremer Schein. Kleiner Pro-Tip. Man kann es nicht zurück eindrehen. Was ist das denn? Das ist ja bescheuert. Ich wollte noch so ein bisschen Blush auftragen. Da habe ich hier von Elon Musk ein Blush. Das ist ein Gel Blusher. Da wir ja die Base nicht so wirklich gesettet haben, könnten wir Glück haben, dass es funktioniert. Ich nehme hier einen Pinsel von BH und nehme nur den Rest, der hier im Deckel drin ist, raus. Und setze mir das hier einfach oben rüber. Und das hat so einen leichten Touch Orange und so ein bisschen Peachy. Und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zum Look heute. Schaut mal. Der trocknet matt an. Also das ist wie so ein Gel to Powder. Und das kann man sich auch gut nochmal rübergeben. Und ich finde, wenn man mit so Gel-Strukturen über Puder nochmal rüber geht oder so wenig Puder, wie ich es jetzt benutzt habe, dann sieht das Ganze immer sehr frisch aus. Man kann es super gut aufbauen. Und durch diese Feuchtigkeit im Blush. Yes. Okay, jetzt passt der Hintergrund auch ein bisschen besser zum Look. Ich bin so ein bisschen schock, ganz ehrlich. Die Foundation sieht ultra schön aus. Der Lidschatten ist süß. Ich habe jetzt natürlich einen langweiligen Look geschminkt. Ich wollte, ich hatte aber diesen Vibe hier im Kopf mit dem Hintergrund und den Lippen und so. Ist schon frisch. Das ist so ein richtig schöner Frühlingslook. Den kann ich mir sehr gut vorstellen. Was mir persönlich nicht gefällt, sind die Highlighter. Also wenn mir Highlighter nicht gefallen, dann ist schon irgendwas ein bisschen schwierig. Mir gefallen aber auch nur die Farben nicht. Ich trage sowas einfach nicht. Ich bin eher so ein bisschen Champagnerfarben und nicht blau. Ich liebe diese Lippen. Also das hält natürlich nicht wie ein Liquid Lipstick. Wenn ich jetzt hier so mache, habe ich natürlich die Farbe an der Hand. Das ist aber auch nicht das Ziel von diesen Gel Lip Liner Lip Dingern. Ich werde die anderen Farben mal ausprobieren. Ein paar gebe ich euch in eine Verlosung. Ansonsten gefällt mir der Look so, aber sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich verlinke euch alles einmal unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Habt ein zauberhaftes Wochenende, ihr süßen Mäuse. Und wir sehen uns am Montag wieder. Passt auf euch auf.